ok pull me finger modi ich bin schon dabei ich glaube jemand muss die wuchs kissen wieder auslösen ok soll ich erst mal hier und was jetzt musst du auf das andere was passiert ich weiß es nicht da willst du mal gucken was es bringt also irgendwas ist passiert eben gerade ja ja das ding hat sich umgedreht aber warum weil ich am finger gezogen habe ich glaube du musst jetzt aufs andere geht du mal aufs andere auf das fußkissen ja ja warte komm schießt mich hoch jetzt kann ich f verdammt ok warte ok willst du mal an das erste das kannst du dich nicht verfehlen dann mache ich die schwierige passage so ich ziehe jetzt steht das still ja und ich muss jetzt hier unterhalten muss jetzt auf das zweite ja auf das pinke ok spring mal hier ab hoch hier hoch hier hoch hier hoch hier und hopps na komm nee du warst zu langsam ja ich war zu langsam ja du warst zu langsam das ding war schon zu weit gesprungen geschwungen ok achso ich muss mich hier entstellen ja wir haben nur eine begrenzte zeit das können wir ja nur verkacken ja das ist jetzt hier runter und hier drauf und jetzt einfach so jetzt kann ich dich rüber posten glaube ich äh aber wie jetzt kannst du genau dasselbe nochmal machen hier hier nein du musst erst mal an den finger äh ok was muss jetzt machen auf das zweite ok aber ah ok und wie jetzt jetzt geh auf das andere geh auf das andere geh auf das andere ja bin unterwegs mach nochmal so jetzt das war zu weit weg schon ja und ich bin oh mein gott ich gucke auf die falschen bildschirme willkommen zurück willst du den ersten oder willst du den zweiten machen den ersten natürlich alles klar ja das ist das müssen wir an zeit machen das ist jetzt zu spät ja das ist das hat eine bestimmte zeit bis es dort ankommt dann müssen wir das lass mich mal machen lass mich mal jetzt lass mich mal jetzt lass mich mal jetzt du gehst hoch und dann ich alles klar das habe ich glaube ich 30 mal gesagt dass wir nur eine begrenzte zeit haben aber gut ok und los ok ich geh schon mal darüber auf das warte 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 und jetzt ja moment warte 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 jetzt jetzt und eff 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 ne das war das ging nicht so hops jetzt und ich gehe hin und 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 ich komme nicht hoch zu spät wir sind zu spät das schaffen wir nie auf den finger ne vor allem das ist das memory schaffen wir ich stelle mich rüber ich stelle mich hin ich stelle mich hin ich stelle mich hin das andere ding schaffen wir sehr easy und wir scheitern an einem sprung und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt nice ich bin dran ich bin dran kann ich jetzt rüber oder was ich bin rüber und hops ja ich bin drüben jetzt kannst du mich einfach nur hoch also mach das erste das hier oder das pinke oder das das blaue blaue ok ich bin auf den pinken ok das war zu sagen wann ich das pinke machen muss jetzt jetzt und rüber mit dir nice geschafft alles klar puh das ist ein anstrengendes level oh daran erinnere ich mich Bällebad können wir irgendwann mal bitte ins Bällebad das nein na das könnte das wird wahrscheinlich nichts da da ist ein Bällebad ein kleines Bällebad mit wenig Bällen drin oh mein was oh 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 ok ich habe hier eine keine was drehen wir haben wir haben Twister oder sowas äh ich habe eventuell irgendwas gemacht und was ist mal hinko du musst tun was hier du musst tun was hier du musst tun was hier ich muss quatschen oder was äh du musst tun was angezeigt wird komm schon ja was wird denn angezeigt ja wenn ich drehe dann siehst du es jump 3x ok ja hättest du es mal gemacht hä das ist ein bisschen sehr langsam ich verstehe es nicht du musst tun was zu tun ist und zwar schneller als ich das ist mir zu blöd mein gott können wir irgendwas anderes machen hier hier trommeln guck mal ein bisschen trommeln geh doch ins Bällebad mach ich mach ich ich dachte er kommt nie ok ich habe hier einen Pudel ok juhu was müssen wir jetzt hier machen gummi burger achso hier ist noch ein Rädchen das kann man da kann ich wahrscheinlich dran drehen kannst du kannst du an dem anderen drehen gleichzeitig nein kann ich nicht ah ok da ist was passiert ah ja wir haben einen Weg jetzt muss man nur noch springen können hey komm help me out ja ich bin schon unterwegs ich habe eine Linie gezeichnet sehr schön ich bin stolz auf dich ich bin stolz auf dich ich bin stolz auf dich das war fast ein Sprung das war zu weit da wolltest du zu viel da wolltest du zu viel und F wow ok ich kann nach oben ja nichts nach rechts ich bin stolz auf dich das machen wir ich glaube ich bin stolz auf dich ich bin stolz auf dich ich bin stolz auf dich ESTAB-KUNST ich bin stolz auf dich begann ich bin stolz auf dich bestimmt sag mal nicht woran nämlich das handelt was erinnert dich das ähm egal ich sehe da was dron sagt mehr über mich aus als siehst du wenn du es schaffst da drin jetzt ein penis zu sehen dann mach ich mir sorgen um dich den penis nicht aber was anderes was ich sehe da wirklich nichts ich sehe da einfach nur formen ich sag es dir aber nicht weil es ist etwas ja es ist etwas falsch sag es jetzt ich sehe da wirklich nichts nee das ist ähm können die zuschauer sagen können sie in die kommentare schreiben wenn sie das auch sehen ähm ich hab's nur bei discord näh back damit hä ich hab keine ahnung was du meinst so müssen wir jetzt hin auf die acht darüber das ist besser wenn das ist besser wenn das unausgesprochen bleibt oh ja das mach erstmal du nach abwechseln aber ich geh sogar rein dann geh raus jetzt drücken zahn du musst immer raus du musst immer raus wenn das ist finden jetzt raus dann geh ich rein ich glaube ich nehme den hier gefühlt sich weich an das ist ein fehler meinst du ja ich glaube das ist ein fehler dann nehme ich den backenzahn hinteren ne geh raus da ich möchte wissen ob man dann stirbt weil das hier ist ein holraum ja du stirbst dort sehr schön wenn man wieder in der rasse hier ist ein mini-spiel schläger-trupp ja auf geht's trifft den ball um zu punkten es wird nichts L-Shift du musst nur eine taste drücken das geht's nur hin ne nicht getroffen nein verdammt nicht so gut wie ich verdammt ah du hast zwei punkte oh nein er holt auf nichts zu ihm ich habe das es ist ein hit langsam ist raus nicht verdammt wir kommen immer zu einer gewissen Geschwindigkeit einfach 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 ganz gut gleichstand das können wir so nicht stehen lassen das können wir so nicht stehen lassen das müssen wir noch mal machen ich meine haben wir bei einem Spiel gemacht aber das war auch scheiße ich habe das ich habe das verdammt 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 Ich schreibe dir nach Hause, Cody! Das war nix. Langsam schaue ich ins Timing rein. Ah! Da geht's! Fass es! Na komm! Verdammt! Ich habe es noch nicht so wirklich raus. Verdammt! Verfehlt. Blödes Minispiel. Ich war tatsächlich gerade von dir ein bisschen abgelenkt. Ja, ja. Verdammt! Nein! Falsche Richtung. Als ob. Ach komm. Textspiel. Hier. Hier ist ein Buch. Oh! Hey! Wir können ein Schwein füttern. Ich habe hier ein Buch. Ich will jetzt das Schwein füttern. Okay. Dammst du dem Schwein so richtig rein. Gibt es dafür ein Achievement? Nein. Oh mein Gott. Mach es kaputt. Darf ich? Mach. Das ist ein armer Schwein. Gibt der Chat mir die Erlaubnis dazu? Hast du einen Chat? Nein. Oh, das sind die Münzen. Das ist kaputt gemacht. Ich habe hier einen Hasen. Ich habe einen Krankenwagen. Mach mal hier mit. Guck mal, da gibt es einen... Ich spiele gerade mit Dingen. Ich glaube, das können wir einfach nur hin und her bewegen. Ich weiß nur, warum was kann. Es gibt die Schildkröße und Hasen. Ich glaube, in Deutschland war das Schildkröße und Hasen. Ich glaube, das war das Schildkröße und Hasen. Ich glaube, das war das Schildkröße und Hasen. Aber wir wollen das. Wir wollen Speedrun Missy abkürzen. Du musst eh auf mich warten. Ich weiß. Was denn brauche ich dich hier? Wie es auch schaut. Eine Schatzkiste. Oh nein. Fidget Spinner. Das Spiel ist schon älter, okay? Damals waren sie noch cool. Ja. Ich habe immer noch einen. Das ist... Ich habe damals einen blauen gekauft. Ich habe ein Dollarzeichen. Aus Metall. Es ist ziemlich cool. Keinen einfachen blauen. Zum Starten klicken. Nice. Fidget Spinner. For the win. Ich glaube, damals waren sie direkt gerade im Trend, als das Spiel rauskam. Ne, das war 2001. Das Spiel kam 2021 raus. Oder? Kam das Spiel nicht dieses Jahr raus? Auf PC. Auf PC, aber. Auf PC kam es dieses Jahr raus. Glaube ich zumindest. Habe ich mal gelesen, meine ich. Meine ich gehört gelesen zu haben. Ja. Oh, ich habe hier ein Rad. Ich drehe mal dran. Ich auch. Nein. Weiter mit den Fidget Spinnern. Es ist nur noch gelb. Da ist gelb. Nein. Ich bin gestorben. Ich bin einfach direkt drüber geflogen. Ich komme. Moin. Nein, ich konnte nicht starten. Ich fliege schon mal vor. Das hat er gesagt. Boink. 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 Und Hüpfburg. Oh, die Hüpfburg sieht falsch aus. Boink. 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 keine Gummipalme keine Gummipalme, verdammt ich komme im Bällebad findet so wie viele die nicht kommen ich glaube Platz 1 der Orte wo Kinder verloren gehen ist glaube ich ein Bällebad in Smorland und nicht abgeholt werden ja kennt Kevin möchte bitte aus Smorland abgeholt werden ja angeblich werden diese Kinder dann Ikea Mitarbeiter mhm also unbezahlt natürlich oh Gott nein geschafft oder so äh ähm 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 okay und fliegen und springen nein nice ich bin früher da als du ich war da schon aber ich bin gestorben bin besser als wie du nein verdammt wo bist denn du grad bei der großen Melone verdammt oh nice Melonenrutscher ah da bin ich noch hinter dir ja ich hüft schwinge mich nach vorne ah hier okay shit äh das rutscht nicht mehr ne ich war auch schockiert es springt nicht mehr meine ich warte ich komme Tag auch ich komme rüber ja gute Arbeit soviel dazu und der drittes Mal so hier hannah spinnende vittels nö fühle ich nicht verdammt verdammt das buch wenn es gerade mal gut ist wir haben wir mal tolles wir haben wir mal tolles Wittelspinner oh so ein Ding jetzt hier wie ist das Ding ein Kaleidoskop hast du auch so ein Ding das ist unangenehm okay jeder hatte so ein Ding oder wie sieht das Ding von innen aus es waren so verschiedene kleine Kügelchen die dort und schnipselchen die da drum ja so was das was das zu was du wirst wenn du hier stirbst genau das war da drin ja ja ich bin im nächsten ich noch nicht ganz ehrlich ich glaube so ein Kaleidoskop ist das Beste wenn du so richtig auf irgendwelchem Zeug drauf bist ja kann ich leider nicht beurteilen aber ja warst du auch nie auf irgendeinem Zeug drauf nein zumindest nicht so lange der Brokkoli noch nicht legal ist aha davor äußere ich mich ohne meinen Anwalt nicht und nein war ich tatsächlich nicht ist nicht so mein Fall keine Koks kein Koks und Nutten bei den bei den Spacebox sehe ich aus als wäre ich Angehöriger der Mittelschicht und würde einen Privatjet besitzen wenn du siehst das andere Feld siehst ihr nach Geringverdiener aus sehe ich aus als würde ich billig Wodka trinken und keine YouTube Videos darüber machen äh ja exakt du weißt dass du einfach die Linie verbinden musst oder äh nö wo welche Linien die bei mir ach so der Team ist da ja bin unterwegs aha verstehe wow was wir sind gemeinsam oha ach das ist das jetzt hier wie dieses hier kennst du von Tabaluga hier dieses dieses Welten dieses hier diese ich glaube nicht dass die dort Zellteilung betrieben haben äh du musst auch die meinen oberen du musst dir dieses den Feld hier zu haben nice genau so war das dann musstest du dir das merken und dann musstest du oh 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 da war aber weniger LSD damals im Spiel glaube ich zumindest ja hast du auch noch nie probiert komm ich aus einer Großstadt ja oh Gott was ich habe keine Ahnung was gerade passiert was was bin ich sehend oh Gott äh was oh nein das ist der wahre LSD Trip achso hier ist die achso ok ich habe hier eine Treppe ah ok warte jetzt kann ich mich hier dran stellen am blauen und dann das kann ich dann was bewegen ich kann dir den Weg bringen Moment kannst du mal aufhören zu drehen ich muss hier gucken wie weit ich drehen muss äh also was mache ich jetzt also ich muss dir auf jeden Fall ich habe so ein blaues Ding so ein ja was bleib genau ne quatsch ich ok Moment ich drehe mal eben das Ding so wo das du da rankommst ok jetzt müsstest nein was äh warte hier so vielleicht ne kommst du da rüber auf keinen Fall versuch's mal ne ok dann geh du jetzt mal pink und dann guck ich was ob zu tun ist oder so ist verwirrend ja bist du hier hoch das kann ich hier drehen jetzt hast du da so nah äh Moment lass mal los ne ich komm doch nicht hoch hä häää ich kann das große blaue Teil bewegen und wie lass mal los vielleicht muss ich dir irgendwie einen Weg dahin her richten oder so warte ich guck mal von außen hin warte, warte, ich habe hier ein grünes Ding ah, da kann ich hoch hier siehst du bei mir jetzt bin ich da oben und jetzt ich kann das gelbe Ding dort jetzt bewegen das Ding kannst du jetzt ah, jetzt kannst du da hoch hier glaube ich ans Pinke, oder? ne, du kannst auf der anderen Seite lang ja, ok, cool guck, siehst du jetzt kann ich das hier schieben ah, jetzt kannst du da jetzt bist du am blauen ah, und jetzt kann ich ganz hoch erstmal und gucken, was da abgeht ich bin jetzt hier noch auf dem warte, ich kann hier auch auf bin jetzt auch auf dem Game ah, und hier brauchen wir beide ich bin hier auch hoch nein, verdammt warte, ich komme ja, du musst auf die andere Seite von dem Ding haben wir doch ganz gut geregelt ach du scheiße unangenehm nicht mein Lieblingslevel nein nicht mein Lieblingslevel aber auch nicht mein Lieblingslevel das war auf dem so auch leben die hier